Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Unternehmen, das seit langem mit Goat verbunden ist, kann dieses Jahr auf sein 125-Jährigen bestehen. Es ist Bell. Seit 125 Jahren der Inbegriff von Qualität bei der Herstellung von Fleisch und Wurst. Von damals 60 Artikeln ist das Bell-Angebot heute auf über 300 Produkte angestiegen. Viele von diesen Produkten werden extra für Goat hergestellt. Z.B. die grauchten Quick-Spezialitäten, eine beliebte Alternative zum aufwendigen Kochen. Das Goat Quick lässt man dreiviertel Stunde im Wasserbad heiss werden. Dann ist das Fleisch bereit, um aufzuschneiden und anzurechnen. Einfacher geht es nicht mehr. Damit auch kleinere Haushaltungen von dieser Dienstleistung profitieren können, offerieren wir das Rollschenkel und die Routenrollen jetzt auch als Mini-Quick. Neu von Bell und bei Goat erhältlich sind jetzt auch Hacksteaks aus 100% Rindfleisch. Die Hacksteaks, die es in drei verschiedenen Varianten gibt, werden in der Bratpfanne auf jeder Seite kurz frödelt und anschliessend gewürzt oder, wenn Sie lieber wollen, grilliert. Zusammen mit Gemüse, Salat, Reis oder Herdtöpfel sind sie eine schnell zubereitete und günstige Mahlzeit. Seit der Gründung der Firma vor 125 Jahren zeichnet es berufliche Können die Fachleute von Bell aus. Das wertvolle Nahrungsmittel Fleisch verlangt aber neben der Sachkenntnis und der absoluten Sauberkeit auch die Liebe zum Beruf. Dank dem gut ausgebildeten Personal, der perfekten Infrastruktur und modernster Technik garantiert Bell auch bei immer grösser werdendem Auftragsvolumen eine traditionelle Qualität auf allen Produkten. Bell wird bestimmt auch in Zukunft der Tradition treu bleiben und uns regelmässig mit lustigen und praktischen Neuheiten überraschen. Galactina, auch eine Marke mit Tradition, ist heute zu Gast bei uns im Markenfenster und zwar mit dem Galactinas Best, einem Burger aus biologischem Anbau. Der vollbiologische Galactinas Best Burger. In Würfeln schneiden, in den Pfannen Brötchen, mit der Champignonsauce vermischen, zusammen mit der Teigwaren anrichten und der Familie ein vollwertiges Menü servieren. Galactinas Best Burger à la carte. Beide Galactina-Burger, Primavera und mit Bio-Emmentaler, finden Sie in unseren Läden in der Molkereiabteilung. Calgon schützt Ihre Wäschmaschine und Ihre Wäsche optimal vor Kalch. Seit neuestem auch vor schädlichen Magnesiumablagerungen. So, da sind Sie ja. Sie glauben es nicht, Ihre Wäschmaschine ist schon kaputt. Der Heiztab ist völlig verkalkt und dabei habe ich doch einen Wasserentherber gebraucht. Das ist doch nicht normal. Doch, doch. Ihr Produkt nützt eben nichts gegen Magnesiumkalch. Magnesiumkalch? Für einen optimalen Wäschmaschinenschutz brauchen Sie Calg und Tabs. Tabs? Eine Tablette pro Wäschgang, noch vor der Wäschung. Sie löst sich sofort auf und schützt Ihre Wäschmaschine sogar vor Magnesiumkalch. Von jetzt an nur noch Calg. Und das Nonplusultra gegen Magnesiumkalch. Die neuen Calgon Tabs offerieren Ihnen jetzt zum Einführungspreis. Eine gute Gelegenheit also zum Ausprobieren. Und da sind weitere Produkte, die Ihnen helfen, im Haushalt Geld zu sparen. Ein Kilo Trauben Uva Italia kostet bei Coop zum Beispiel nur 1,70. Und die Linea Minarine kommen Sie über für 2,10. Das Coop Mineralwasser mit Kohlensäure in der PET-Flasche gibt es für nur 70 Rappen. Und das Kilo Schweizer Frisch-Boulet gibt es für 5,80. Ausserdem offerieren wir Ihnen den komplett ausgestatteten Satrap Handmixer für ganze 45 Franken. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. Die Tafel Arni Sport Mix Blanc kostet von jetzt an nur noch 1,20. Auch diese Woche kann man bei Coop wieder einmalig günstig essen. Für ein Chili con Carnet zahlen Sie nämlich nur 9,50. Das war das 36. Coop-Studio dieses Jahres. Besten Dank, dass Sie Zeit hatten, zum Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Besten Dank, dass Sie Zeit haben.